mit dem xperia m5 legt sony den nachfolger des xperia m4 aqua vor okay das aqua kommt jetzt nicht mehr im namen vor trotzdem ist auch das m5 wieder staub und wasserdicht nach ip 65 68 nur wird es halt nicht mehr so aktiv beworben von sony einfach aus dem grunde weil viele haben halt dann doch diese klappe hier beispielsweise hinter der sich sim karte und sd karte verbergen nicht wirklich perfekt und sorgfältig wieder geschlossen oder andere hatten vielleicht auch dass da mal irgendwie runtergefallen ist ein stück war abgesplittert ist wasser eingedrungen es gab einen schaden und dann hat sony halt die garantie reparatur verweigert trotzdem sollte das gerät eigentlich anderthalb meter 30 minuten im süßwasser muss man auch sagen nicht chlorwasser nicht salzwasser aushalten was man außerdem noch sagen muss ist unbedingt bevor ihr nach dem bad anschließend wieder anfang den akku zu laden hier unten die usb-buchse unbedingt schön sauber trocknen rein pusten druckluft spray trocknen lassen ordentlich weil da fließt ja strom drüber der rest ist unproblematisch insbesondere halt hier kopfhörerbuchse da muss man jetzt nicht mehr fummeln das ist ja inzwischen ganz gut gelöst von sony ja in diesem video geht es einerseits um die unterschiede zum vorgängern ganz klar vor allen dingen aber habe ich auch schon die ergebnisse des akkulaufzeit tests und der benchmarks für euch also schon einen guten ersten eindruck was von dem telefon zu halten ist von dem m5 die maße haben sich nicht allzu sehr verändert mit 72 millimeter immer noch relativ rank und schlank also man kommt mit dem daumen noch halbwegs ordentlich ans gegenüberliegende ende weil eben halt das display kaum größer geworden ist jetzt 4,97 zoll statt 4,91 macht einen millimeter in der diagonale also jetzt 126 millimeter aus finde ich reicht völlig ich finde das immer eine sehr schöne zwischengröße diese fünf zoll gefällt mir gut vor allen dingen hat man jetzt endlich die auflösung erhöht von 720p auf full hd also 1080 x 1920 pixel und damit kommt man jetzt man sieht das ja auch hier schön richtig knackige darstellung auf sehr sehr ordentlich 443 ppi 20 prozent über im durchschnitt zum vergleich der vorgänger das m4 299 ppi 43 prozent unter dem durchschnitt ja allerdings ist es ein bisschen schwerer geworden das muss man schon wissen 143 gramm jetzt statt 134 das merkt man schon aber es geht insgesamt trotzdem noch zumal glasrückseite metallfront also insgesamt deutlich edler geworden aber auch deutlich teurer preise kommen am ende des videos zumal man hat vor allen dingen die kamera ganz stark aufgerüstet hinten jetzt 4k videos und fotos mit 21,2 megapixel statt zuvor 12,8 also ein riesen sprung kann man allerdings nur hoffen dass die bildqualität besser ist als bei den z5 sie erinnert euch die sind ja allesamt den bach runtergerauscht ja und hier vorne vor allen dingen man sieht das ja auch schon an dieser riesen linse für ein smartphone zumindest jetzt 12,6 megapixel statt zuvor 8 megapixel da bin ich schon mal sehr gespannt schade nur wenn man schon vorne so einen aufwand betreibt warum kann man dann nicht auch eine front led noch da drauf setzen oder auf der rückseite vielleicht zwei farbige oder zwei weiße oder was auch immer so da ist man doch noch relativ verhalten was das betrifft aber warten wir mal die tests ab wie sich die bildqualität hier schlägt ansonsten gibt es natürlich auch einen neuen prozessor jetzt ist erstmals unter der haube der mediatek helio x10 vorgänger war es ja der snapdragon 615 das heißt acht kerne sind zwar geblieben aber erstens jetzt mit 2,0 gigahertz statt 1,0 1,5 und vor allen dingen auch 3 gigabyte arbeitsspeicher statt 2 und das macht sich natürlich in der gesamtwertung mehr als 50 einzelne werte erfasse ich da aus über 12 benchmarks und da liegen wir dann 13 prozent über dem aktuellen durchschnitt der vorgänger jetzt 21 prozent darunter also doch eine erhebliche steigerung also display ist schärfer geworden der prozessor ist stärker geworden und vor allen dingen der größte kritikpunkt beim vorgänger war ja das lediglich 8 gigabyte intern verbaut waren davon gerade mal 1,4 gigabyte netto übrig blieben das war einfach zu wenig ja ich weiß es gibt ein 16 gigabyte modell aber nicht in deutschland und wenn man es importiert alles was ich bisher gesehen habe beim m4 war halt dann nicht hierzulande lte kompatibel also war das eigentlich nicht wirklich kaufbar viele haben es dann trotzdem getan und hinterher gesagt ah ja du hattest recht also man lässt sich ja wirklich kaum mehr was installieren selbst wenn man das dann auf die dsd karte verschieben kann hier sind jetzt 16 gigabyte intern netto 6,52 das natürlich auch immens 10 gigabyte verlust wenn man mal das betriebssystem und alle vorinstallierten apps aktualisiert hat bleiben also noch gerade mal 6,5 gigabyte das ist jetzt okay also nicht so dass man sagt kann man nicht kaufen kann man nicht benutzen aber für den preis 399 euro unverbindliche preis empfehlung finde ich das dann schon ein bisschen knapp da hätte man eigentlich 32 gigabyte springen lassen müssen finde ich ja lte ist wieder drin wireless laden ac nfc alles gut und schön aber trotzdem 400 euro ist ein bisschen happig zumal auch das können wir ja gleich mal zeigen an dieser stelle es eben halt nicht android 6 ist sondern lediglich android 5 1 also wie gesagt für die preisklasse auch wenn es wasserdicht und staubdicht ist ein bisschen mager und vor allen dingen kommen wir jetzt natürlich zum filet stück sozusagen zu den ergebnissen des akkulaufzeit test wieder fest verbaut sieht man ja auch 2600 milliampere stunden jetzt statt 2400 und damit hat das m5 in den tests 379 minuten erzielt das ist 21 prozent unter dem durchschnitt zum vergleich der vorgänger noch mal 470 minuten immerhin gerade mal zwei prozent unter durchschnitt also da sogar verschlechtert obwohl der akku stärker geworden ist das natürlich enorm getestet wird wie immer im flugmodus bei 200 candela dem display hier und dann video wiedergabe ja und wie gesagt da eine deutliche verschlechterung das ist natürlich dann schon unschön sag ich mal dafür dass es nicht mehr 279 euro uvp sondern 399 jetzt kosten soll aktuell die straßenpreise jetzt zum start etwa 349 euro aber trotzdem immerhin nicht wie beim m4 dass man sagt bitte kauft es wenn möglich nicht also man kann aber es ist hat halt schon so ein paar macken jetzt hängt glaube ich maßgeblich davon ab wie ist denn dann die qualität der selfis und hier der hauptkamera fotos und videos das lässt sich natürlich erst im finalen test herausfinden der wie immer so schnell wie möglich folgt das soll es jetzt soweit gewesen sein als erster eindruck hier vom sony xperia m5 ich danke euch fürs zuschauen macht's gut bis bald ciao